ich würde mir jetzt mal gerne die statistiken angucken auswärts ein sieg vier niederlagen zu hause vier siege eine niederlage vier sieger ein unentschieden gut das sagt alles aus zwei bis vier wochen philipp super zum glück ist gleich eine spielpause aber wir haben noch zwei spieler die nicht unbedingt unwichtig sind so ein sieg gegen chase hier und ich würde mal prognostizieren dass wir weiter kommen nee jack butland ist mir auch zu teuer leno sie wollen den nicht verkaufen scheint auch jetzt nicht das talent zu haben damit es sich lohnt marian prinz sieht ganz gut aus eventuell benjamin henrichs kennt man aber wollen die natürlich nicht mehr kaufen robert gumne gut das reicht erst mal ne hier haben wir eigentlich so gut wie die quali geschafft glückwunsch so topra kann näher kommen wir haben ja super zwitsch torler spielt jetzt mal wieder für gerero gerero kommt auf die bank für scharhin als alternative für die fürs mittelfeld und schmeller auf die bank er muss auch nicht mehr für die u23 spielen denn die spielpraxis ist fast wieder komplett vorhanden castro darf auch wieder rein das hat er ganz gut gespielt und hoffen wir jetzt mal auf eine bessere leistung gegen chase 3 für eine mit sieben punkten und malmo abgeschlagen castro wie er das schnelle 1 zu 0 gegen london aber am letzten mal hat es ja nicht unbedingt so super funktioniert castro schon auf obama young nach manno wenn das doch nun jemand einen sehr guten Abschluss hätte vor allem eine gute Nervenstärke ich glaube, der wird noch viel mehr Tore schießen aber man kann nicht immer alles haben was man sich so wünscht es ist aber wirklich unglaublich wie viele Chancen wir uns erspielen indem wir den Ball einfach nach vorne schlagen auf oberen Rängen egal wie viele Abwehrspieler neben ihm sind ist ihm egal und natürlich herzlich willkommen an alle meine Zuschauer im Livestream denn natürlich wird auch diese Folge hier im Let's Play aufgenommen als Livestream es ist praktisch ein Live-Let's Play aus dieser Distanz zum guten Kopfball mit so viel Wucht dahinter ist schon respektabel uiuiuiui bis in 2 zu 0 würde ich mich viel sicherer fühlen und Kopenhagen führen und Kopenhagen führt in Meilmö also die die waren wirklich ihre Chance sie ist hier noch durchzusetzen in der Gruppe man sieht die Chancen stehen nicht schlecht wenn die gewinnen ist für ein guter Konter aber Glück für mich dass sie ihn nicht perfekt zu Ende gespielt haben gut 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 bestimmt bloß nicht selbst zufrieden werden die Defensivspieler sind motiviert die Offensivspieler haben gar nichts reagiert was will mir das sagen ich bin jetzt schon nervös das gefällt mir nicht dann geht es mal raus für Shinji das ist ein guter Na, das war nicht gut von Piszczek, das war nicht gut von Piszczek, so, Weigl geht mal raus für Daud, den haben es komplett übersehen auf der Bank, das ist schon Jeremy, ja, das war weder Flanke noch Pass, noch Schuss irgendwie, ui, was für eine Weltklasseparade von Courtois, von Thibaut Courtois, das hätte die Vorentscheidung werden können, aber sowas schon. So, jetzt tue ich mal Gereo rein für Piszczek, ich kann da ja eigentlich auch spielen, wenn ich mich nicht komplett täusche, ja. Und von den Fähigkeiten ist er auch ganz gut geschaffen, ich fahre jetzt vielleicht nicht so schnell, man kann gut flanken, ist ein Dribbling gut, ach, man, noch eine halbe Stunde etwa, dieser Sieg wäre so wichtig. Uh, gelb-rot, na komm schon. Also Gereo schießt wirklich die besten Freischlüsse hier, also die direkten Freischlüsse aufs Tor. Huiuiuiuiui, rechtes gute Parade von Birki. Das ist eng, das ist eng, das wird eng. Ja, wenn ich das zweite Tor schießen, dann, das wollte ich gerade sagen, dann kasten wir noch das Gegentor. Das wollte ich gerade sagen. Natürlich, komm jetzt noch, schon noch das Spiel verlieren. Das würde passen. Ja, gib ihnen noch mehr Platz. Kann ich mal schön annehmen, sich drehen, klar. Wieso auch nicht? Die sind alle motiviert und bei mir sind viele nervös. Das war ein gutes Zeichen, diese Körpersprache. Das ist ja mal jetzt. Vielleicht ja mal jetzt. Nein. Ich glaube, in so einer Situation braucht man wirklich so einen Ibrahimovic, der einfach den Ball da reinballert, wie sonst was. Wie ich sagen, einige Kommentatoren, wie warme Semmel, sagt man, es ist noch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Dann raste ich wirklich aus. Dann raste ich aus. Elfmeter? Oh, oh, Elfmeter. Ich kann fast nichts hinschauen. Dazu sage ich mal nichts. In so einer Situation in die Mitte schießen. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Na ja, na ja. Ein Punkt ist ein Punkt. Dann müssen wir halt jetzt in den nächsten Spielen versuchen, möglichst viel rauszuholen. Zagadou ist verletzt. 1 bis 3 Tage. Zagadou auch. Wirklich zwar angeschlagen, aber ich lasse ihn trotzdem mal spielen. Das wird ja jetzt nicht das allzu große Problem sein, denke ich mal. So, und heute darf Schmäler endlich mal das erste Saisonspiel machen. Oh, Shirley ist wieder im Training. Uiuiui. Schahin darf für die U23 spielen. Schöler wird es auch gerne verkaufen. Aber es hat noch Zeit. Damit beschäftigen wir uns ein bisschen später, wenn er wieder fitter ist. Man sieht, er kann gut flanken. Dribbling ist ja okay. Ecken, Freischlüsse. Okay, das ist nicht so wichtig für einen Flügelspieler, aber... So. Der ist doch ordentlich. Ich sehe ihn aber trotzdem eher in der Zentrale. Lassen wir ihn heute mal spielen für... Cast Wo. Ansonsten belasse ich es mal. Oder wohl Toljan kommt nach Rests. Da spielen wir mal mit Schmelzern. Toljan die... Vielleicht... Außenverteidigung der Zukunft.